Hallo zusammen, in diesem Video sprechen wir über eine echte Superpower. Es gibt wohl kein Mensch, der sich diese Superpower nicht wünscht, der nicht mehr davon haben möchte in seinem Leben. Denn ganz egal, was du tust, ob du ein Business aufbauen, eine Familie gründen, reisen gehen möchtest, ob du tolle Beziehungen aufbauen möchtest mit Menschen, die du liebst und die dich lieben, am Ende des Tages steckt hinter diesen Zielen ein Gefühl, was du fühlen möchtest. Und dieses Gefühl ist Freude, ist Lebensfreude. Und diese Freude ist gleichzeitig eine Superpower, weil schau, wann kriegst du mehr Gebacken in deinem Leben? Wann setzt du Dinge schneller und besser um? Wann bist du kreativ? Wann bist du richtig motiviert, auch Risiken einzugehen, für deine Träume zu gehen? Dann, wenn du sehr freudvoll bist, wenn du eine hohe Lebensfreude hast oder dann, wenn deine Freude sehr niedrig ist, wenn gar keine Freude da ist, wenn du sogar vielleicht depressiv bist? Ja, die Antwort ist klar. Wenn du depressiv bist, dann stehst du morgens auf und hast keinen Bock auf das Leben. Du kommst einfach nicht voran. Du hast Lust auf gar nichts. Wenn du voller Lebensfreude bist, bist du gleichzeitig voller Lebensenergie. und Dinge sind leicht, fallen dir leichter. Du bist optimistisch, du bist neugierig, du bist schneller im Flow. Das heisst, Lebensfreude oder allgemeine Freude ist die mit Abstand unterschätzteste Superpower und am Ende des Tages nochmal hinter jedem deiner Ziele. Egal, ob du einen Ferrari fahren möchtest, ein Haus bauen möchtest, ob du nach Thailand in Urlaub gehen möchtest, hier in die Schweiz in die Berge gehen möchtest, im See baden. Was wünschst du dir? Hinter all dem steckt der Wunsch nach Freude. Du möchtest Freude erleben, Freude erfahren. In diesem Video möchte ich dir gerne drei sehr einfache Wege mitgeben, wie du mehr Freude in deinem Leben einlädst, wie du mehr Lebensfreude kultivierst. Und der zweite Weg ist wahrscheinlich der schwierigste Weg, aber alle drei Wege kannst du gehen. Und ich möchte dich dazu einladen, auch mal von dem Punkt zu kommen, egal wie viel Lebensfreude du gerade hast, das ist erst gerade der Anfang. Es ist immer noch viel mehr Freude in deinem Leben möglich, als das, was du jetzt gerade denkst und als das, was du jetzt gerade lebst. Viel, 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 viel mehr. Weil du kannst die Lebensfreude wirklich systematisch steigen. Du kannst dir das ein bisschen so vorstellen. Jeder Mensch hat eine Grundfrequenz. Ja, klar haben wir mal diese Up und Downs, gehst raus, mit deinem Auto fährst du zur Arbeit, fährt dir jemand in dein Auto rein, dann wirst du direkt als allererstes mal keine Freude wahrnehmen, weil vielleicht wirst du Wut wahrnehmen. Das heißt, wir haben diese verschiedenen Gefühle, die wir fühlen, aber jeder hat so eine gewisse Grundfrequenz. Und diese Grundfrequenz kannst du auch wahrnehmen bei Menschen, weil das ist das, was ich Vibe nenne oder Charisma oder Ausstrahlung. Es gibt Menschen, wenn du die triffst, denkst du so, wow, der hat aber eine gute Ausstrahlung, der hat eine gewisse Energie. Und bei manchen Menschen, die guckst du an und du denkst, leben die noch? Lebt er noch? So, warum? Weil die Frequenz von den Menschen, wo du denkst, leben die noch, einfach auf einem tieferen Level ist, als bei diesen Menschen, die eine starke Ausstrahlung haben. Und Freude, das Gefühl von Freude und Lebensfreude, ist ein Gefühl, was deine Frequenz nach oben pusht. Und je höher deine Frequenz ist, desto mehr Energie hast du zur Verfügung, desto einfacher fallen dir Dinge zu. Und du wirst auch Dinge in deinem Leben anziehen, die genau zu dieser Frequenz passen. Hast du wahrscheinlich auch schon gesehen. Menschen, die sehr schlecht über sich denken, die schlecht drauf sind, die immer wieder jammern, die ziehen auch immer wieder Probleme an. Und dann haben sie eine Brille, durch die sie sehen und durch die sie nur Probleme sehen. Und da kommen immer noch mehr Probleme, noch mehr Probleme. Und die treffen auch Menschen mit auch Problemen und die tauschen sich dann aus und die machen dann so einen Wettkampf, wer die größeren Probleme hat. Aber ich, damals als Kind, wurde ich von meinem Vater geschlagen. Ja, aber das ist ja noch gar nichts, weil ich als Kind wurde da missbraucht. Und so weiter und so fort. Ich spiele es jetzt ein bisschen hoch, aber du weißt, was ich meine. So, wir ziehen nicht das an, was wir denken, sondern wir ziehen das an, was unsere Frequenz ist. Unsere Frequenz zieht die gleiche Frequenz an. Das, was du in den Wald schreist, kommt zurück. Das Echo. Und darum ist es so wichtig, dass wir schauen, wie können wir diese Frequenz nach oben pushen, mehr Lebensfreude integrieren. Schauen wir zum Beispiel bei mir im Human Elevation Mentoring in der Tiefe an, weil alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die mit mir eng zusammenarbeiten, die sagen, es gibt ein Lebensgefühl vor dem Human Elevation Mentoring und es gibt ein Lebensgefühl nach diesen zwölf intensiven Coaching Wochen. Warum? Weil wir auf eine ganz natürliche Art und Weise diese Frequenz erhöhen. So, der erste wichtige Weg ist, mal zu schauen, wo ist dann deine natürliche Freude? Wann ist die da? Weil wenn wir zurückgehen, als wir noch ein Kind waren, wie viele freudvolle Momente hast du erlebt? Nicht ganz viele, ne? Wie viele heute? Wahrscheinlich tendenziell eher weniger. Wie oft war dir langweilig als Kind? Wahrscheinlich nicht so oft. Wie oft ist dir langweilig heute? Wahrscheinlich sehr oft. So, der Punkt ist, wir sind als Kind unserer Freude ganz natürlich gefolgt. Dort, wo wir Begeisterung wahrgenommen haben, dort hat es uns hingetrieben. Und ich mache das Wort Begeisterung, weil da steckt das Wort Geist drin. Immer wenn wir Begeisterung fühlen, manchmal ist sie ganz klein, ganz fein, manchmal ist sie stark, fühlen wir uns beseelt, wir fühlen uns lebendig. Das ist eine tiefe innere Freude. Und als Kind war die ganz normal. Wir wollten zum Beispiel die Welt entdecken und wollten laufen. Also haben wir gelernt zu laufen. Tausendmal hingefallen, tausendmal aufgestanden und das hat geklappt. Das ist keine Kleinigkeit. Wir wollten uns mitteilen, wollten unsere Eltern verstehen, wollten durch Sprache Nähe aufbauen. Also haben wir Sprache gelernt. Sehr komplexe Sache, Sprache. Das ist kein einfaches Ding. Wir haben das von alleine gemacht. Nicht, weil wir es mussten von außen, sondern wir haben es von alleine gemacht. Wir sind in die Pfützen gesprungen beim Regen. Einfach aus der puren Freude, Begeisterung heraus. Egal, was andere Leute über uns denken, haben wir gar nicht darüber nachgedacht. Und dann ist etwas passiert. Wir wurden domestiziert. Das heißt, wir mussten in die Schule und dort waren die Spielregeln auf einmal ganz anders. Dort war nichts mehr mit Hey, folge deiner Freude, deiner Begeisterung, folge deiner inneren Stimme, deiner Weisheit, folge deiner Berufung, die du als Kind gelebt hast, weil du ganz natürlich dem Fluss des Lebens gefolgt bist, deiner inneren Stimme gefolgt bist. Nee, da war alles anders. Du als ein freies, schöpferisches Wesen, du musstest in eine Box passen. Ja, wir alle mussten in eine Box passen. Und es wurde uns systematisch abtrainiert, unserem Ruf zu folgen. Und das ist krass, weil in der Schule, dort hieß es erstmal still sitzen, stundenlang still sitzen. Und wenn du was sagen möchtest, erst wenn du Finger hoch hast, wenn du drankommst, dann kannst du dich mitteilen. Das ist keine Kleinigkeit, das ist Drill. Und wir wurden, wirklich, das wurde uns systematisch abtrainiert, unserer Berufung zu folgen und somit auch unserer Freude, unserer Begeisterung zu folgen. Wir wurden behandelt wie ein Objekt, ohne ein Innenleben, wie ein Stuhl, den man hin und her schieben kann, ohne innere Bedürfnisse, Wünsche, Sehnsüchte, Ängste, Träume, oder? Einfach Box, 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 da musst du reinpassen. Und ich will der Schule keinen Vorwurf machen, weil es ein systematisches Problem, ein systemisches Problem, was gelöst werden muss und was auch gelöst wird. Aber ich möchte dir sagen, es ist nicht deine Schuld, dass du deinen Beruf wohl noch nicht lebst und auch deiner Freude nicht wirklich folgst und vielleicht auch keinen richtigen Zugang mehr dazu hast, was dir überhaupt Freude macht, sondern es ist dir abtrainiert worden. Doch das kann man wieder lernen mit Präsenz, indem du erstmal wieder Kontakt mit deinem Körper aufnimmst, ganz bei dir bist, schaust, was passiert dann auf der mentalen Ebene, was beschäftigt dich auf der mentalen Ebene, deinem Verstand, was passiert emotional. Weil oft ist es so, dass wir Begeisterung manchmal fühlen, aber es ist so klein, dass wir es gar nicht wirklich wahrnehmen können. Und wenn du aber immer besser, besser wahrnehmen kannst, wann Begeisterung in dir entfacht wird, dann kannst du schauen, okay, was habe ich dann dort gemacht, mit wem habe ich es gemacht, was waren die Umstände, was habe ich in diesem Moment bewirkt bei Menschen. Es gibt ganz viele verschiedene Methoden und Techniken, wie du diese Freude noch besser erkennen kannst und dann ist wichtig, dass du mehr von diesen Dingen machen kannst. Also ich beispielsweise auf der Versicherung gearbeitet habe, das war ein Job, den mich nicht erfüllt hat, ich wusste, das ist nicht meine Berufung, wusste ich aber, hey, Fitness damals hat mir Freude gemacht, als habe ich mehr Zeit dort verbracht, ich habe mich weitergebildet, ich habe Bücher gelesen, weil als ich die Bücher gelesen habe, habe ich gemerkt, hey, das begeistert mich auch, weil wenn du ein Thema gefunden hast, das dich begeistert, bei mir, Bewusstsein, Existenz und so weiter und so fort, das was ich jetzt mache, da könnte ich stundenlang studieren, tagelang, das würde mich nicht langweilig, sondern da ist Begeisterung. Und wenn du mehr und mehr Zeit verbringst, dort wo Begeisterung ist, in deinem Thema, dann wirst du dort besser und besser und besser und du brauchst dir eine Expertise auf. Wirst du eine Brücke bauen können von deinem aktuellen Job, der dich vielleicht nicht erfüllt, zu dem Thema, was dich begeistert, sodass du davon leben kannst. Das ist etwas, was wir in unserem Human Elevation Mentoring wirklich in der Tiefe anschauen, weil das gehört dazu, um dein volles Potenzial zu entfalten. Du kannst dein volles Potenzial nur entfalten, wenn du deine Berufung, deine Lebensaufgabe gefunden hast. Schau dir all die Leute, die Genies an, Albert Einstein, Michael Jackson, Thomas Edison, Niklas Tesla, Elon Musk, Marie Cruyne, das sind alles Menschen, die haben ein Thema gefunden, die sie begeistert und dort haben sie ihr volles Potenzial entfaltet und damit die Welt verändert. Warum? Weil sie ihre Berufung gefunden haben und sie gelebt haben. Also der erste Weg ist, schau, wo deine Freude ist, tauch mehr und mehr dort auf, finde deine Berufung und lebe sie. Der zweite Weg, die zweite Strategie ist ein bisschen schwieriger, weil schau, wo oder respektive, was alles nicht in der Freude ist. Also schau auch ganz genau, wenn du unangenehme Gefühle hast, Trauer, Wut, Ohnmacht, wenn da Frust ist. Warum? Weil das ganz wichtige Botschaften sind. Die meisten Menschen sagen, oh nee, diese Gefühle möchte ich nicht. Wir bei uns im Human Elevation, Mentoring, gehen dort richtig tief rein, weil dort sind die versteckten Blockaden, dort sind die versteckten Muster, die dich noch aufhalten, dein volles Potenzial zu entfalten und so frei wie nur möglich zu sein. Nur dort hast du die Möglichkeit, dich emotional frei zu machen, emotional unabhängig zu machen. Wenn du dort genau hinschaust, das heißt, der zweite Weg ist genau zu schauen, wann sind die unangenehmen Gefühle da und was ist konkret da? Und da musst du die Fähigkeit haben, ganz intelligent mit diesen Gefühlen umzugehen und diese Botschaft zu erkennen. Diese Arbeit ist nicht ganz einfach, das ist der schwierigste Weg eigentlich, weil du kannst alleine das nur schwer erkennen. Warum? Weil es dir nicht zugänglich ist. Viele emotionale Blockaden, Wunden aus der Kindheit, die sind dir nicht zugänglich. Ich mache dir ein Beispiel. Wir hatten einmal Max bei uns im Human Elevation Mentoring und der hatte Schwierigkeiten, Frauen kennenzulernen. Und das war für ihn eine echte, ja, das war ein Hindernis, weil er wünschte sich so sehr eine wundervolle Beziehung. Und wir haben in unserer Arbeit herausgefunden, dass damals, als er noch sechs Jahre alt war, dass er ein kleines Mädchen kennengelernt hat, als er in der ersten Klasse war und die ihn so ausgelacht hat, die so ihn fertig gemacht hat, dass das hat ihn damals, als er sechs Jahre alt war, zutiefst verletzt. Und das war ihm aber gar nicht mehr bewusst. Er hat das verdrängt. Das war nicht mehr in seinem Bewusstsein, das war in seinem Unterbewusstsein. Ich kann sich das ein bisschen so vorstellen, stell dir dein Bewusstsein vor wie ein Haus und da gibt es einen Keller. Und dort in diesem Keller, dort sind all die Sachen drin, die wir verdrängt haben, unterdrückt haben, all die Sachen, die wir nicht mehr sehen wollten, wie zum Beispiel bei diesem Kunden, ja, dieses Ereignis mit dem Mädchen, er hat keinen Zugang mehr dazu gehabt, aber er wusste gar nicht, warum, wenn er an Frauen zugeht, dass er jedes Mal diese Angst spürt, diese Ohnmacht spürt. Er wusste es nicht. Er hat nur gemerkt, ich bin irgendwie blockiert, ich komme nicht mehr weiter. Und was wir gemacht haben in unserer Zusammenarbeit, wir haben diese Kellertür aufgemacht und sind da durchgegangen, haben das integriert, aufgearbeitet und dann auf einmal war es kein Problem mehr. Da konnte er auf Frauen zugehen ohne Angst, sondern mit Freude. So, darum sage ich, dieser zweite Weg ist ganz wichtig, wenn du mehr Lebensfreude haben möchtest. Das ist nicht immer ganz einfach, weil du brauchst von jemandem, jemanden von außen, einen Coach, einen Therapeut, jemanden von außen, der dir Dinge sehen kann, die du noch nicht sehen kannst, weil sie dir nicht bewusst sind, weil sie in diesem Keller drin sind. Macht das Sinn? Schreib gerne mal in die Kommentare, ob das mit dem Haus, mit dem Keller, mit dem Bewusstsein Sinn für dich macht. Würde mich super freuen. Und der dritte, und hier heute letzte Weg, ist, ich habe mal herausgefunden, dass ich anderen Menschen Freude machen möchte, weil ich selbst auch Freude dann habe. Das ist so schön. Schau, wenn du Leuten Freude machst, ein Geschenk, ihnen eine tolle Erfahrung machst, dann gibt dir das doch auch Freude. Oder nicht? Also es ist schon mal aufgefallen, weil Freude ist etwas, was sich multipliziert, wenn du es teilst. Freude ist nicht wie Geld. Du hast 1000 Euro, du verschenkst 1000 Euro, teilst es auf, das Geld wird weniger. Für dich. Wenn du Freude teilst, anderen Menschen Freude machst, es kann in deinem Beruf sein, dass du Mehrwert generierst, dann wird diese Freude mehr, sie multipliziert sich. Und das ist doch etwas Wunderschönes. So, wenn auch du von mir gecoacht und gementort werden möchtest und endlich deine Berufung leben willst, du dein volles Potenzial auf diese Strasse bringst und einfach dein geilstes, freistes, schönstes Leben leben möchtest, und das ist alles möglich, dann hast du die Möglichkeit, dich für ein Coaching zu bewerben. Das Human Elevation Mentoring ist das, was du buchen kannst, was du dich bewerben dafür musst. Du findest den Link unten in der Beschreibung. Es ist ein zwölfwöchiges, sehr intensives One-on-one-Coaching in der Gruppe auch. Ich werde dich individuell begleiten und betreuen. Das heißt, ich nehme dich an die Hand. Du wirst in dieser Gruppe so tolle Menschen kennenlernen, die sich öffnen, die genau die gleichen Herausforderungen haben wie du. Und es gibt eine unglaubliche Kraft und Power. So, wenn du mehr davon wissen willst, check einfach den Link in der Beschreibung ab, kannst dir ein kostenfreies, Klarheitsgespräch mit unserem lieben Paul buchen und kannst dir dort alles zu diesem Human Elevation Mentoring fragen. Ich freue mich, dich vielleicht dort schon bald begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, dass du hier warst. Lass gerne ein Like da, abonniere auch gerne diesen YouTube-Kanal, damit du keinen wertvollen Content mehr verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Dein Patrick. Bye-bye. Tschüss.